Nach den turbulenten letzten Wochen gibt es für Pietro Lombardes Verlobte Laura Maria Reiper nun den nächsten fiesen Rückschlag. Na nun, wo ist mein Koffer? Das dürfte sich Laura Maria Reiper tatsächlich gedacht haben, als sie heute von Düsseldorf nach Berlin fliegen wollte. In ihrer Instagram-Story gibt die 27-Jährige nun ganz offen zu, wie es zum fiesen Missverständnis kam, das zur Katastrophe am Flughafen führte. Laura Maria Reiper Deshalb stand sie plötzlich mit leeren Händen, da Ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, wie ich meinen Koffer vergessen konnte, lässt sich Laura Maria Reiper, in einer ihrer letzten Instagram-Stories, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen entlocken. Es ist der 27-Jährigen definitiv anzumerken, dass die Situation um einen vergessenen Koffer und einen damit verbundenen verpassten Flieger definitiv unangenehm ist. Auch wenn Laura Maria Reiper genau weiß, wie es zum peinlichen Fauxpas kam. Kurze Erklärung. Mein Vater und ich hatten einen Kommunikationsfehler. Wir waren gestern noch auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe es so verstanden, dass mein Vater meinen Koffer noch in den Kofferraum tun wollte. Doch als Laura Maria Reiper am Flughafen ankam, war ihr Koffer weder im Kofferraum noch auf der Rückbank. Die Konsequenz. Sie verpasste ihren Flieger und musste einen späteren Flug nach Berlin nehmen. Doch der Ärger über das Missverständnis währte nicht lang, denn Laura Maria Reiper glaubt an eine gewisse Art von Schicksal, weil sie ihren Flug verpasst hat. Laura Maria Reiper. So erklärt sie die Trennungsgerüchte von Pietro Lombardi. Vielleicht war die 27-Jährige nach den turbulenten vergangenen Tagen auch nur etwas durch den Wind. Es wäre nachzuvollziehen. Schließlich glaubten ihre Fans fest daran, dass sich die Influencerin von ihrem Verlobten Pietro Lombardi möglicherweise getrennt haben könnte. Vorausgegangen war Laura Marias Entfolgen von Pietro Lombardi und Sarah Engels, Instagram-Accounts, sowie ein kryptisches Posting, das auf eine schwerwiegende Krise hinwies. Eine Sache möchte ich vorab klarstellen, bevor wieder spekuliert wird. Wem ich entfolge, ist allein meine Entscheidung. Ich werde dieses Thema auch nicht groß machen. Allerdings hat alles einen Grund und ich muss niemandem folgen, der Unruhe stiftet. Nur wenige Tage darauf relativierte Laura Maria Reiper die Trennungsgerüchte um ihren Verlobten Pietro Lombardi und erklärte die Situation folgendermaßen, wir waren nie getrennt. Es gibt Dinge, die nicht gleich mit unserer Beziehung zu tun haben. Trotzdem stehe ich zu meiner Meinung und meinen Postings. Es haben sich so viele Sachen bei mir gesammelt und dann ist das Fass übergelaufen, so die 27-Jährige. Immerhin, mittlerweile ist Laura Maria Reiper nach dem Stress der letzten Tage wohlbehalten in Berlin angekommen, mitsamt ihrem Koffer versteht sich.